Jo und damit herzlich willkommen zu meiner Ars Ice Bucket Challenge. Ich wurde nominiert von Marco Reinhardt und ja, das stelle ich natürlich auch hoch, auch gleich auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen nass um die Arme herum, ich habe es gerade hinter mir, es war nicht angenehm. Ja, und bitteschön, habt viel Spaß. Ja, danke für die Nomierung, Marco Reinhardt. Ich nominiere den Decor-Vitcool, den Mikro-Rosenfretel und den Ars Moyen. Na gut. Okay.